Aloha und willkommen zu einer weiteren Folge Hunger Games und diesmal rocken wir wieder die Kiste! Und mit dabei ist Felix Hardy Games zu Primefix und Mayplays. Alle Spieler sind auch in der Infobox verlinkt. Außerdem haben wir wieder als Gast im Skype den André vom Teilzeit-Nerd-Kanal. Und in 5 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1, 0! Oh, Simon, du kannst ja die Zahlen auswendig sagen. Ja, ich bin schon ein großer Junge, ich bin verdammt ein guter Junge. Kommt alle mit, wir gehen hier unten rum. Felix, wir sind wieder im Team, ne? Komm, hier unten rum. Ja, wo bist du? Hier, hier. Ich hab Holzschwert, ich hab Holzschwert. Oh, Goldschwert. Komm, wir gehen die Route ab, wir gehen die Route ab. Du stellst auch der beste Schüler in der hohe Leistungspurse. Schnell, 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 hier hoch. Hier hoch. Felix, wo bist du? Ich bin direkt hinter dir, lauf weiter. Nein, wir müssen mal gewinnen. Ja. Goldschwert und Hose. Ey, wir sind wieder auf dem, äh, GOMMA-Dischler. Felix, komm jetzt hier lang. So, wir rennen den gleichen Weg wieder. Wir rennen da hinten. Renn schon mal rechts hin an die Bauernhütte. Da rennen wir wieder hin. Felix, bist du jetzt nicht mit hochgekommen? Doch, ich bin bei dir. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Warte kurz, ich muss was essen. Hier, Angie, wo bist du? Ja, ich bin hinter dir. Im Game, oder? Ja, ich bin hart. Im real life ist der hinter dir. Der steht hinter dir und der kriegt dich. Ich meine, wo er was essen muss. Ach so, im Game. Ah, ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Der wurde in der Rape-Mode activated. Aber hast du ein bisschen Rüstung für mich? Also kannst du mir einen Teil von deiner Rüstung abgeben? Von mir kriegst du gar nichts. Ich hab doch auch nur zwei Lederteile. Ah ja, hast du auch. Ich hab nur ein halbes Dingens. Rüstungsteil. Ich mach gar nichts. Ah, da kommt jemand. Ah, Simon. Da kommen welche. Okay, dann bleib. Ich stehe auf Schleichen. Und bleib hier. Die bringen sich gegenseitig um Sneakers. Die bringen sich gegenseitig um Sneakers. Ich sneaker. Wenn der hier hochkommt, dann hau ich ihn kaputt. Leute. Die bringen sich gegen das Holzschwert. So. Ist noch einer übrig. Der kommt hoch, der kommt hoch. Der hat mich gesehen, Simon. Der kommt jetzt. Jetzt ist er da. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Und da bist du down, Junge. Jawoll. Wie ich ihn gekillt hab. Ey, das war so nice. Das war so nice. Ich hab ihn angelockt und du hast ihn kaputt geschlagen. So, jetzt kriegst du erstmal schöne Rüstung. Komm, wir teilen uns erstmal schön aus. Boah, wir haben den so Buzz-like angelockt. Ey, ohne Witz. So, hier Hose. Hier Hose. Rüstung. Schwert. Goldhose. Goldhose. Hast du alles was los? Ey, lass mal ein bisschen Kloppen gehen. Ja, gleich, gleich, gleich. Wir müssen erstmal hier ein paar Kissen ausräumen. Ich hab zwei Äpfel. Okay, ich hab zwei Fleisch. Dann, äh, im Spiel, wenn ich nicht vegan, tut mir leid. Du kannst du nur. Ja. Du bist voll der Heuchler. Ja, ich bin voll der Heuchler. Digitales Fleisch. Okay, wieder raus. How can you only? Jetzt ist meinst du Fleisch. Wie wir euch gebankt haben. Gebankt haben. So. Komm mit. Da hinten ist einer. Da gehen wir hin. Ist einer von euch am Flugzeug? Simon? Die ungespielt Army kommt jetzt. Okay, gut. Komm, komm, wir gehen auf den. Ey, Mei, 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 Mei. Jo, ich komm schon, ich komm schon. Ja, komm. Oh, das ist nicht. Das ist Eisenschwert. Das ist Eisenschwert. Scheiße, scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Scheiße, Eisenschwert. Ey, komm auf zum Flugplatz. Scheiße, Junge. Geh auf den, geh auf den. Wir schnappen uns die Leute, weil wir die Eisenschwert haben. Müssen wir helfen. Wir müssen helfen. Mei, jetzt komm, geh. Ey, ich bin nicht schon lange bei ihm. Nee, bist du nicht. Ich renne mir doch hinterher. Komm, 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 komm. Wo bist du? Nein, scheiße. Hast du Schuhe? Unge, der hat mich killt. Ich brauch Schuhe, ja. Scheiße, mich auch. Mist. Schnell, hinterher, schnell zum Flugplatz, damit wir die schnappen. Ja, schnell, geht zum Flugplatz. Der hat Eisenschwert, ne? Ich weiß nicht, ob der ist der richtige Weg. Oh fuck, ey. Wir sind so schlecht, ey. Wir sind so schlecht. Und Justin und Mei sind schon wieder tot? Ich glaube, das ist der falsche Weg, oder? Das ist der richtige. Los, hier, hier langt jemand. Da, 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 wo der Sonner ist. Da, wo der Sonner ist. Da, wo der Sonner ist. Hier. Wir müssen jetzt den schnappen, der hat ein Eisenschwert. Sonst haben wir keine Chance mehr. Ich spektate hier, ich kann spektaten, ne? So, ich flieg mal zum Flugplatz. Da seid ihr, ich sehe euch gerade. Ich spektate euch. Da ist der Flugplatz, genau da, wo wir hinrennen, Simon. So, Leute, wir sehen hier die spannende Verfolgungsjagd von Pinkfinding Games. Okay, jetzt kommt es natürlich darauf an. Wenn irgendwas passiert, rennen wir da rein zu diesen, äh, Dingen, zu den Slaps. Ich sehe den. Okay, jetzt kommt es natürlich darauf an. Slack-Tübel, ne? Ja, da unten bei den Slaps. Da unten bei den Slaps ist nämlich die Kanalisation. Da sind wir eigentlich safe. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob wir eine Chance haben mit zwei Holzschwertern gegen ein Eisenschwert, weil wenn der sich richtig stellt, dann haben wir keine Chance. Aber wenn wir uns richtig stellen haben, dann hat der keine Chance. Ich guck mal, wo der ist. Dann kann ich euch vielleicht nicht sehen. Da oben ist der. Komm. Ich kann jetzt den. Ähm, Supreme? Ja. Bist du schon in line bei Area 4? Slash SG Join 4. Der ist oben. Stürmt die Hütte, stürmt die Hütte. So. Jolo, da oben ist er. Da oben ist er. Los. Lauf, lauf, lauf. Los. Lauf hoch. Nein, ich bin tot. Töte ihn. Töte ihn. Oh nein, er hat mich getötet. Nein. Ah nein, ich hab gewonnen. Jawoll. Felix. Ich wusste ganz, dass der letzte war. Ja. Sehr nice. Felix, hast du gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Felix Hardy Games. Warte, ich guck mal kurz hoch. Felix Hardy Games. Sehr nice. Und damit haben wir die Runde wieder für uns entschieden. Zwar bin ich leider nicht als zweiter raus, sondern als dritter. Aber man musste sich opfern für das Team. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar, eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.